Missstände ans Licht bringen, Unrecht korrigieren, noch einmal Zivilcourage. Einer der größten Skandale in unserem Land ist es, dass Millionen Menschen nicht von ihrer Arbeit leben können, weil ihr Stundenlohn so niedrig ist. Vollzeitarbeit und trotzdem auf Stütze angewiesen sein. Der nächste Beitrag deckt auf, dass dieser unwürdige Zustand sogar im Herzen der Republik angekommen ist, im Bundestag. Ausgerechnet. Das Reichstagsgelände Anfang dieser Woche. Polizisten mit Maschinenpistolen, überall Absperrungen, Kontrollen. Terrorwarnung. Doch nicht nur die Polizei sorgt hier für die Sicherheit, sondern auch private Wach- und Sicherheitsunternehmen. Bei den Schleusenkontrollen zum Beispiel entscheiden sie darüber, wer in die Gebäude des Bundestags reinkommt und was draußen bleiben muss. Viel Verantwortung. Wie aber wird diese Arbeit bezahlt? Darüber will mit uns vor der Kamera lange niemand sprechen. Es herrscht Angst unter den Sicherheitsmitarbeitern. Nicht unbedingt wegen der Terrorgefahr. Einer bricht dann doch das Schweigen. Lothar Schmidt macht sich fertig zur Schicht im Reichstag. Sein Arbeitgeber ist nicht der Deutsche Bundestag, sondern eine private Sicherheitsfirma. Zur Zeit ist Lothar Schmidt im Bereich der Fahrstühle eingesetzt. Eine Vollzeitstelle. Zu wenig Arbeit hat er also nicht. Bei 180 mal 190 Stunden mal weniger, kommt man mal drauf auf die Monate oder auf die Jahreszeit drauf an. Aber von dem Stundenlohn an sich selber könnte ich überhaupt nicht leben, wenn ich nicht noch eine Zuwendung von einer Witwenrente hätte. Arbeiten im Reichstag. Für Lothar Schmidt heißt das in Zahlen, bei 181 Stunden im Monat und 6,25 Euro in der Stunde bleiben am Ende 895 Euro netto. 895 Euro ohne die Witwenrente seiner verstorbenen Frau. Die meisten seiner Kollegen haben eine solche zusätzliche Einnahmequelle nicht. Monitor liegen mehrere Lohnabrechnungen anderer Sicherheitsmitarbeiter im Reichstag vor. Alles Vollzeitstellen. Die Nettolöhne unserer Beispiele? Je nach Stundenzahl zwischen 960 und 930 Euro im Monat. Wer da auch nur ein Kind hat, fällt schnell unter das Existenzminimum. So wie ich von vielen Kollegen hier gehört habe, müssen sie leider noch zum Amt gehen und sich dort ein Wohngeld oder irgendwie was dazu, weil das eben halt nicht reicht. Vollzeitstellen im Reichstagsgebäude, von denen man ohne staatliche Hilfe nicht leben kann? Offen will auch darüber niemand mit uns reden. Nur einer berichtet anonym vor der Kamera, zu was die schlechte Bezahlung führt. Ich arbeite im Reichstag im Sicherheitsbereich. Und die Stunden, die ich arbeite, das ist eine Vollzeitbeschäftigung. Aber trotzdem reicht es hinten und vorne nicht. Deswegen bekomme ich noch das vom Amt. Die Aufstockung, wie sich das Ganze nennt. Hier vom Arbeitsamt Berlin. Ja, hier vom Arbeitsamt Berlin. Und das monatlich. Kennen Sie konkret andere Fälle, die auch so viel arbeiten, Vollzeit und vom Amt Unterstützung bekommen? Ja, ich kenne genug Fälle, die Vollzeit arbeiten und leider auch noch die Unterstützung vom Amt bekommen. Tatsächlich. Wir bekommen Kontoauszüge, die belegen, das Arbeitsamt Berlin überweist monatlich Geld. In diesem Fall, im letzten Monat, 368 Euro. Staatliche Unterstützung, weil der Vollzeitjob im Bundestag nicht reicht. Ausgerechnet hier. Hier, wo die Politiker aller Couleur immer wieder betonen. Jeder ist hier der Meinung, wer ordentlich arbeitet, muss davon auch leben können. Doch das ist graue Theorie. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Auch im Bundestag. Es waren die parlamentarischen Gremien, also letztlich die Abgeordneten, die entschieden haben, der Wach- und Sicherheitsdienst im Deutschen Bundestag wird privatisiert. Auf Neudeutsch, outgesourced. Das spart Geld. Dabei legt die Bundestagsverwaltung Wert auf die Feststellung. Der Deutsche Bundestag verlangt im Rahmen des gesetzlich Möglichen die Einhaltung bestehender Tarifverträge. Doch das ist nicht der Kern des Problems. Die privaten Sicherheitsunternehmen im Bundestag zahlen nach Tarif. Alles ganz legal. Nur der Tarif in der Sicherheitsbranche ist deutlich niedriger als der im öffentlichen Dienst. Bei Lothar Schmidt und seinen Kollegen macht das in der Stunde schnell mehr als zwei Euro Unterschied aus. Und das entscheidet gerade mit Kindern oft, ob man zum Amt muss oder nicht. Wie hieß es nochmal da drin? Selbst bei den Wirtschaftsliberalen? Jeder ist hier der Meinung, wer ordentlich arbeitet, muss davon auch leben können. Das sagt sein Parteichef. Heinrich Kolb ist FDP-Abgeordneter. Er sieht keinen Vorteil darin, den Männern und Frauen, die auch für seine Sicherheit sorgen, als Bundestagsangestellten mehr Geld zu bezahlen. Was die Kostenträgerschaft anbelangt, wenn der Bundestag höhere Löhne zahlen würde, müsste es auch aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Die Kommunen wären möglicherweise ein Stück entlastet. Aber aus der Gesamtsicht der öffentlichen Hand würde sich die Kostenbelastung nicht wesentlich verändern. Aha, alles kein Problem, wenn schon ein Kind reichen kann, dass man trotz Vollzeitjob zum Amt muss? Der Arbeitsrechtler Ulrich Wackerhagen, übrigens auch ein Liberaler, sieht das anders. Also offensichtlich handelt es sich hier um einen eindeutigen Systemfehler. Denn jeder Mensch, der einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht, muss so entlohnt werden, dass er staatliche Hilfe nicht in Anspruch nehmen muss. Wenn das hier der Fall ist, dann subventioniert der Steuerzahler die Sicherheitsdienste, die die Beschäftigten im Deutschen Bundestag zur Verfügung stellen. Und das ist absurd und kann so nicht weitergehen. Zurück zu Lothar Schmidt. Sein Arbeitgeber weiß, dass er mit uns gesprochen hat. Die Firma hat uns geschrieben, sie behalte sich rechtliche Schritte gegen ihn vor. Lothar Schmidt will dennoch, dass wir berichten. Denn er meint, zumindest bei den vielen öffentlichen Institutionen sollte es so sein, dass die Menschen, die für Sicherheit sorgen, davon auch leben können. Ja, die müssten eigentlich Vorbild sein. Das müsste ein Aushängeschild sein. Und dann müsste es sein, hier diese Leute, die bei uns arbeiten, die können normal, vernünftig mit ihrem Einkommen leben. Dann wird okay. Und dann müssten im Prinzip andere Firmen genauso nachziehen. Aber solange wie hier, sagen wir mal, die kein Vorbild sind, dann sagen sich die anderen auch, warum, wieso, weshalb. Der Deutsche Bundestag. Hier werden Vollzeitbeschäftigte zu Leistungsempfängern gemacht. Ohne Not. Dem deutschen Volke. Ein gutes Vorbild?